Das Gedicht »Wer bin ich?« entstand im Juni 1944, nur wenige Wochen vor dem Attentat auf Hitler am 20. Juli, an dem viele Freunde Bonhoeffers beteiligt waren und dessen Scheitern auch sein Schicksal besiegeln sollte. Dieses Gedicht war, wie fast alle anderen, einem Brief an seinen Freund und theologischen Gesprächspartner Eberhard Bethke beigelegt und hat aus diesem Grund den Krieg und die Hinrichtung Bonhoeffers überdauert. Zum Zeitpunkt seiner Abfassung war Bonhoeffer noch der Starrhäftling des Militärgefängnisses von Berlin-Tegel, das wie die anderen Gefängnisse der Wehrmacht in Berlin seinem Nennonkel Paul von Hase, einem Cousin der Mutter, als Stadtkommandant von Berlin unterstand. Die Botschaft des Gedichtes ist zunächst, dass auch die intensivste psychische Selbstprüfung den Menschen nicht aus seiner durch den Sündenfall bedingten Selbstentzweihung herauszuführen vermag. Die sich in der Scham, d.h. in der Entfremdung des Bewusstseins gegenüber der eigenen Leiblichkeit, Genesis 3, Vers 1 folgende, Aber auch im Verlust der Einheit zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein zeigt. Gleichzeitig wird durch das Gedicht auf indirekte Weise zum Ausdruck gebracht, dass die Selbstprüfung dennoch die Voraussetzung dafür darstellt, dass die Selbstentzweihung überwunden werden kann. Der Zwiespalt des Menschseins muss zunächst wahrgenommen und ausgehalten werden. Bonhoeffer beschreibt über viele Zeilen schonungslos den Zwiespalt seiner Existenz im Gefängnis. Einerseits wirkt er auf andere Menschen wie ein Gutsherr in seinem Schloss, in der Selbstwahrnehmung jedoch erscheint er als Angsthase und Heuchler. Indem er diesen Zwiespalt schonungslos wahrnimmt und beschreibt, wird der Weg frei zu seiner Überwindung und damit zu einer neuen höheren Einheit, die dem Menschen im Glauben an die Versöhnung des Menschen mit Gott in Jesus Christus zuteil wird. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Schon im Alten Testament heißt es, Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen, Sprüche 2, 7. Indem ein Mensch vor Gott und dem Nächsten wahrhaftig wird, tritt er auf die Seite Gottes. Ja, er gerät in den Machtbereich Jesu Christi, der von sich gesagt hat, dass er selbst die Wahrheit ist. Johannes 14, 6 An dieser Stelle hat auch die Reformation Luthers angesetzt. Ausgangspunkt des Glaubens ist paradoxerweise nicht das sittliche Streben, sondern das Eingestehen der Größe der eigenen Schuld und der Glaube an Gottes noch größere Barmherzigkeit. Indem ich im Glauben Gottes Urteil über mich bejahe, trete ich auf die Seite der Wahrheit. Auffällig ist, dass die Lösung der Selbstentzweihung des Menschen im Gedicht nur in einer einzigen Zeile beschrieben wird, während der Zustand des Zwiespalts in vielen Zeilen ausführlich dargestellt ist. Als wollte Bonhoeffer sagen, kein vorschnelles Überspielen und Verkleistern des von Natur bestehenden Zwiespalts im Menschen, weil sonst der Glaube keine Tragkraft hat und wie ein Nagel aus einer Gipswand schnell wieder herausbricht. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmüthig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler? Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott.